hallo und willkommen zu einer runde hg mit sakurai hallo moin sakurai moin ich richte mich richte süden ich markiere ich markiere schuppfall das geht ja nicht boah ich bin sakurai du hast noch kein hg bin oder nein nice digga du carryn dir jetzt deinen ersten hg echt danke ja ja ich bin schlecht dabei wenig hubs wenig holz mir gehts klar quats äh minus 150 in 100 ich bin neben dir da du feilest du ne da kommt noch ein anderer da kommt noch ein anderer oh digga du kompost den den wie viele subs hast du noch hab one bar da nimm aber passt der one bar passt digga der hat auch keine subs ne wieder aufgesammelt nach combo gehen weißt du digga der hat diese schwelle glaube ich ne eisenschwelle oder der andere typ da ich sterbe doch weg digga ja lag ja lag weil er hinter dir ist du gebannt du wurdest gebannt du wurdest gebannt oh my god du hacker jungen was ist digga das ist einfach ein 3er team ne der lmao digga wirklich einfach direkt 3er team wir haben die anker noch nie oder keine ahnung eisenschwelle glaube ich anker ja wir haben mich getötet wir haben mich getötet als ich halt gern gut sagt das ist ja aber lecker die ganze zeit digga genau wenn wir aufnehmen die ne digga ich ich einfach bann auf doji wieder ich wird auf doji und zu oft gebannt aber nur weil ich das server verlegt nicht weil ich irgendwas hab ich hab mir neuer titel digga du brauchst bis du ja entbahnt bist äh warte vielleicht bin ich schon entbahnt aber ich bin schon entbahnt nice einfach so einfach so weißt du ich bin rejoint lol bist du noch drin ja lol digga wo bist du äh da wo wir vorher waren 100 eh 100 äh minus 100 und 150 ok einfach weil ich immer direkt in band ohne irgendwas zu schreiben ja weil die wissen das geleckt hat und fehl waren genau ja die wissen alle dass ich schlecht bin ich will schlecht zu ziehen ja und weil es halt geleckt hat genau sieht man ja so mega leck vom server halt ja dann wurden viele gebannt ne ja ich nur du hab ihn dauert er noch ein bisschen ich glaub ich hab mich nix ich weiß gar nix ne ich hoffe jetzt nur mit hand zu dir sag ich geh dir da 150 und minus 150 glaube ich oder hab ich umgekehrt gesagt ich weiß nicht ne ich schon auch ich lade ihn mir einfach weg hier mein dann kriegst du gehst auf mich dir bist du das nicht aber siehst du ein fischermann da unten noch ein das kannst du jetzt nimmt den tower weißt du ich sehe dich ich darf mir mal schnell drei subs hier ich hätte übern den ok tot ich kann nicht suchen der geht mir so kacke subkit let's go und let's go sag wie schießt du eigentlich zu skywars ich ja ganz cooler modus ja ich auch find auch übelst nice dinge ich bin auch immer privat diese farce finde ich auch über junge also das war mal anders was oh da vorne digga rein da komm bergab ich komme digga mach die scheiß dinge weg die sind einfach zu gut ah ich brauch backup alle halt glaube ich unten ich glaub übelst viel zu ich brauch einfach so nur angst runterknockt werden weißt du digga wie die ganze spamft den shit kein wasser einmal Hilfe da kommt noch einer er clean ist wie das ein mate hä echt ja ja komm rein da jetzt ich bin tot was spielen die alte wie ekelhafte hunde ich bin tot das akre alles Hilfe ohik ok hä was ist das für kacke was spiel ich hier warum ist mein kumpauf Patriots ES Uno No joke, Minecraft ist so dreck, Map bewerten grauenvoll, das mach ich immer unabsichtlich, irgendwie das rote gefällt mir am besten, Junge, Digga lass ich vordern wieder spielen, keine Ahnung, ne aber keine Ahnung, Iggy bockt nix mehr in Minecraft, es braucht was Neues, ein kompletner Re-Ramp, irgendwas competitive, wo man so grinden kann Digga, Gebt ja nix nen Trank zu spielen, außer jetzt mal Stats, aber auch Digga, wenn ich es absolut machen würde, wie tot, Sakurai, neue Runde, oh jetzt mach der Hafen, tot, 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 ich bin so kackin Skywars Digga, Mann, Junge, Sakurai, ich bin so schlecht